Weiß ich, ich hab einen 3 breiten Gang und muss mir jetzt irgendwas einfallen, wie ich dort eine Tür reinbaue. Gar nichts. Im Scheiß drauf. Man kommt einfach in das große Office so rein. Heee? Jiii. Okay, das laufen doch drüber sollen. Okay. Haben wir Carried Stone? Oh, so gut. Ein bisschen raus. Ehm. So. Ehm, da kommt dann hier noch was hin. Warum brauchst du hier Computer hin? Weil das zu Sonne einfach irgendwie dazugehört. Haben wir eine Rolling Machine hier? Ich muss jetzt schon nochmal einen Schall auf Seite stutzen. Ah, kein Problem. Wir haben ja doch sicherlich Strom, oder? Hehehe. Doch, oben ist ein Tetherrack. Das trifft sich um. Wobei der schon verkleidet ist. Glaub ich, oder? Ja, ist der schon. Hier ist ein Tetherrack drunter. Okay. Ehm. Ehm. Das kommt dann. Okay, dann brauch ich Stahl. Ehm. Hä? Wieso kriegst du keinen Strom? Ach ja, der braucht ja... Convert. So. So. Alter, das ist langsam. Das rauch ich nicht mal. So, ich kann euch das sicherlich irgendwie helfen, oder? Ich bin total unkreativ. Wie man ja unschwer sieht. Ich hab keine Ahnung, ich bin heute auch irgendwie so ein bisschen brainlag. Und ja, nur heute. Das hat heute sogar noch jemand anderes gesagt im Praktikum einfach. Hm. Das sieht jetzt sogar gar nicht mal so schlecht aus. Das Material. Hier, es regnet. Ja. 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 Ich muss mich mal einen Job machen. Mhm. Auch wie so ein Professor in der Leyen-Begsteher. Ja. Ey, man muss das doch auch machen. Jetzt wo Flini produktiv wird... Ich sag, ich schau, äh, mitzuka? Ja. Ja, jetzt wird Flini produktiv. Jetzt muss ich ja unproduktiv werden. Ja. Kann mal einer schlafen gehen. Ich hab, warum auch immer, keinen Backpack mehr. Ja. Ich hab, ich schau. Mit nehm... Mitten im Klo dran. Achso. Und mit wem liegst du da? Ja. Nein, den Kommentarsch brauchen wir jetzt. So. Das ist unaufählend. Ich könnte das mal nur ein Tafel. Wie kommt denn sowas? Ist man dafür auf jeden Fall irgendwo einen kleinen Meeting-Raum zu machen. Wo ein großer Monitor steht. Ja. Du hast hinten, der ist in einem komplett großen Saal. Da kannst du reinbauen, was du willst. Jo. Nein, ich hab mein Backpack weggetan. Äh, Excavator. Was? Was ist denn? Hm. Das kann auch wohl nicht angehen, regnet das hier einfach mal rein. Da ist hier schon noch Papier drauf. Oh, du bist schon dabei. Du kannst ja von den... ... in dem Fangshall noch einen Bock versetzen. Nein, 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 nein. Was? Hm. Hm. Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht nicht gut aus. Ja. 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 Ja, das passt schon. Hm. Ich mach mal zusammen. Boah, Alter. Wo muss ich denn da ganz hin? Scheiße. Ich mach das gar nicht anders. Äh. Hat sich meine Tasche wieder voll? Oh, das funktioniert ja in der Version noch nicht. Bitte? In der weiteren Version könntest du, wenn du Sachen benannt hast und die Item-Frame hängst, da wurde der Name angestellt. Ist der erst ab 1 Siegel? Ja. Da hab ich mir schon so einen ganz kreativen Namen für das Stück Papier auf Klo ausgegauft. Oh Gott. Resümee. Oder was? Wie, jetzt kann man das Eis nicht mal mit Dings platzieren? Mit einem Bilder-Swand? Was? Packed-Eis? Ich glaub nicht. Unmelting-Eis. Oder ist das noch was anderes? Ja. Ist doch das richtig, oder nicht? Ein Bücher. Was denn? Unmelting-Eis? Ja. Äh. Hä, aber warum kann ich das denn nicht mit Dings platzieren? Sollte man hier da auch Fenster reinmachen? Können wir machen. Ja. Wie, jetzt ist das aber auch sprichig? Ja. Wie heißt es, in die 42 Minuten sollten wir vielleicht sogar schon anfangen mit Party und so? Eine Stunde haben wir. Ne? Okay. Also zwei Folgen haben wir jetzt ja schon und vier können wir jetzt ne. Aber wir haben fast drei. Bitte? Achso, ja ok, aber wir haben von den vier die wir noch können. Ne. Aber doch. Eine Stunde können wir aufnehmen und dann würde ich sagen, machen wir es. Räuchte ich auch, ne? Ja. Schau mal bei dem Gläs. Du verwenden wir auch wirklich jede Scheiße, oder? Ja. Was erwartest du? Muss ich das jetzt grad verstehen? Nein. Ok. Ich nehme einfach reiß das Dachfenster einfach verbieten, Klaas. Weil das einfach so im System rum lag. Nicht mehr so Dachfenster sie sich mehr an zu verwenden. Warum nicht? Wir haben es doch. Ja. Wir haben das Geld doch. Ja. Wir haben das Geld und das meinen die, ne? Ja. Ja. Okay, was wollen wir hier in den Nachbarraum, in den Clan reinpacken? Küche? Baut unser Office eine Küche? Hier rein. Ne, unsere Leute kriegen nichts zu essen. Ähm. Boah, und es wird nur von den Chinesen bestellt. Das ist eine komfortabe Wassermaschine, wo du, äh, kaltes Wasser und kaltes Wasser mit Kohlenserobe bekommst. Ja. Das war voll geil. So. Oh, wie weit muss ich denn noch? Scheiße. Hm. Ach, warte. Oh mein Handy blinkt ja doch. Wieso blinkt man denn gleich? Ja, ohne Scheiß. Wir haben die ganze Zeit so darauf geachtet, dass wir so voll Ressourcenschund, ähm, so was CPU-Leistung angeht, äh, von dem Server so bauen. Und jetzt einfach überall, hier kauf dem CPU, Reaktorglas und so, einfach mal so richtig schön hart, äh, die Performance von dem Server so richtig schön gefickt. Ja. Warum nicht? Boah. Ganz ehrlich, nach dieser Woche wird wahrscheinlich sowieso nie wieder jemand auf diesen Server gehen. Ja. Ich will die Welt haben. Ja, wow. Ob ich dir die gebe, ist die andere Frage. Äh. Was ist denn? Ich muss doch die Wahrheit sagen. So, wir nehmen vorher die Welt und löschen einfach die kompletten Items. Was? Alter. Was, wir hatten in dem E-System mit vollen Festplatten? Nää. Das kann ich sagen. Weiß ich nix von. Volle Festplatten? Nää. Also hier sind bloß leere. Ja gut, selbst wenn mit dem, was wir hier grad verbauen, kann er sich trotzdem noch ein Imperium aufbauen. Ja. Mäh. Fliti, Fliti versteckt jetzt halt so noch, äh, paar Bausteine, oder was? Na ja, vor allem die, äh, Bowing-Maschinen laufen ja auch noch. Nee, die würde ich auch vorher wegreißen. Und dann die großen Werk von da wegreißen? Diese OE-Cops, der sehen einfach total scheiße aus in dem Drauer. Hä, nein! Also voll der, voll der YouTube Money Weg da, und dann einfach so ein billiger Grauer Weg. Ja, dann kannst du auch meinetwegen, mach da Eis-Dinger hin. Ja. Genau, mach Eis, äh, gerade da draus. Äh, so. Was machen wir noch? Ah ja, so ein, äh. Toiletten habt ihr. Meeting-Raum. Bin ich grad bei. Jo. Ich hab halt grad überlegt, was da noch rein soll, aber, klar, ein Tisch in der Mitte. Warte. Warst du denn ein Tisch? Ja, ich hab'n Tisch, ja. Ah, die Nase juckt. Nein, ich hab nur noch 2 Prozent, weiß. Ja, oder? Ja, oder? Ja, ja, aber ich... Ah, ne, du hast, äh, ne Unbereite-Mitte. Äh, ja. Deswegen steht der zwei Computer auch. Damit's nicht so scheiße aussieht. Du siehst auch scheiße aus. Wir haben grad von dir gerätet. Ich weiß. Ähm. Ja. Moi, Tito, stehst du am Weg. Ja, die Gang. Ja. Achso, ich hab'n hier jetzt ein bisschen größer gebaut nach dem Tisch. Ja, oder? Ja, oder? Äh. Ja, dann müssen wir doch noch länger, oder? Ja, dann müsstest du aber auch ein bisschen dickere Beine nehmen, oder? Ja. Also, auf jeden Fall... Obwohl, die kannst du so stehen lassen. Lass die mal so stehen. So. Ja, das macht das einfach so mit dem Bein. Flanier, ich bräuchte gleich mal deine Spitzhacke eigentlich. Ich muss schneller mit dir. Hm. Aber ich bin jetzt... Aber ich bin jetzt... Geht sie doch nie mal wieder? Ja, ich bin hier gleich fließt. Hast du auch nicht bekommen? Ich weiß, ich hätte die sonst betötet einfach. Äh. Ja, ja. Ja, ja. OP-Rechte ausnutzen und so. Muss man ja. Heißt, Cheater? Ja, ich weiß. Äh, ich hab' ja nicht mal dauerhaftes Signal. Sowas können wir doch unseren Gästen ja nicht antun, dass man nicht dauerhaft Elan hat. Ja, so. Wie kannst du sowas verkaufen wollen? Irgendwie muss man seine Videos doch hochladen können, ne? Ja, bei Hashtag YouTube Manu, oder? Wo wir schon da sind, ne? Nein. Mein Jetpack ist leer. Ja. So. So. Also ich hab' den Weg gleich fertig und hier. So. 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 Ich hab' den ganzen Werkzeug wieder aufzuladen. Ja, und ich muss gleich eigentlich irgendwie mein Jetpack aufladen. Hm? Weil ohne volles Jetpack ist das ein bisschen scheiße hier. Ja. Welches Texture Pack hast du denn eigentlich drin? Fini? Oder Default? Default? Ja, ok. Hä, da sehen die doch gar nicht so schlecht aus. Oder? Oder? First Face? Ja, doch. Denn die Faults sehen die grauen Dinger doch gar nicht so schlecht aus. Hm. Aber schon halt ein bisschen billig und verwehrst du den Reichsplan, ne? Warum lässt du das eigentlich nicht so steil runtergehen mit der Treppe? Warum nicht? Wenn du die brauchen willst, gerne. Ich wollt einfach ein bisschen schneller vorankommen. Das ist alles. Hallo? Was? Oh Gott, da fassen die. Oh Gott. Ähm. Ich hab' keinen Strom mehr. So, kurzer Jetpack aufladen mit meiner Batterie. Hihihi. Hast du noch, äh... Beton da? Ne, leider nicht. Ich mach' das grad die ganze Zeit nebenbei. Oben die Rolling Machine musst du diese... Stecker rausnehmen. Ich mach' eben kurz ein bisschen was wieder. Oh, hm. So, wieviel brauchst du? Äh, ich guck' gleich mal. Ich glaub, äh, das hier sollte erstmal so reichen. So, und weiter geht's. let's... ... ... ...